Ich darf ja nicht mehr meckern. Nein, du darfst gerne meckern, aber konstruktiv und nicht beleidigend. Na, das ist schwierig, wie soll das denn gehen? Ich wollte gerade sagen, das ist für dich schwierig, ne? Na, dann braucht kein Scheiß, dann kann ich das auch machen. Ist er nicht charmant? Wie eh und je. Ja, wie man ihn kennt. Wenn ihr charmante Leute haben wollt, dann müsst ihr mich nicht dazu einladen, zur Party hier. Haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, euer Fehler. Euer Fehler. Gibt Schlimmere. Oh, jetzt kommt die Kacksonne und blendet. Okay, wie ist das denn hier überhaupt jetzt mit diesen Aliens? Machen die ja gerade irgendwie... Nein, alles unter Kontrolle. Alles gut, Nino. Okay, okay, gut, 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 gut. Du kannst deinen verängstigten Hintern ruhig da lassen, wo er ist. Gut, gut. Verteidigungsministerin kümmert sich hoffentlich drum. Also, da oben, die greifen schon wieder die Schwachstelle an, ich sag's dir. Ist doch gar keine Schwachstelle mehr. Es gibt keine Schwachstelle. Also, ich geh jetzt kontrollieren, ne? Das weißt du. Ja, mach das. Ja. Wir müssen übrigens, wenn wir mehr Kupfer wollen, äh, ziemlich weit ausholen oder die Mauer ein bisschen expaten. Ja, Kupfer brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, das Ding da reicht erstmal. Ich glaube, wir bauen gerade sowieso ein bisschen zu hart. Wir bauen zu hart. Zu hart für dich, oder was? Ja, das sowieso. Und? Ja. Gut gefixt. Na. Sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Ich hätte mir wirklich... Kacke, ich muss ich, äh... Unterhaltet ihr mal? Ich muss ganz kurz googeln, nachdem... Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Du Cheater. Jetzt geht's gecheatelos. Echt mal. Das Quatsch, ich guck mir nur kurz das Layout nochmal an. Ja, ja. Ganz kurz ein Video dazu, wie es funktioniert. Ich hab leider nur ein Bildschirm. Das heißt, ganz kurz Video gucken ist nicht, sondern ich muss ganz kurz... Äh... In der Bild gucken. In der Bild gucken. Ja, in der Bild... Ich gucke in der Bild nach... Wie es bei Faktorio läuft. Das ist auf jeden Fall eine vertrauenswürdige Quelle. Mhm. Pflicht. Ey, das sind doch alles nicht die, die ich mir rausgesucht hab. Verarscht mich nicht. Ah! Ich hatte da so ne Kuhle. Oh. Oh, shit. Sag doch sowas nicht. Oh, doch. Ich fang erstmal... Ich fang erstmal klein an. Aha. Und macht dann... Macht dann größer, wenn's nötig wird. Was sagt denn unser Strom eigentlich? Strom sagt eigentlich, lass mich in Ruhe. Egal, komm, wir machen mal. Macht, äh... Hier, äh... Was? Verteidigungsexpertin. Hast du jetzt mittlerweile mal... Äh... Ja. Ach, kack, kack. Hier, ähm... Spiel dich aus. Ich dachte, das heißt jipp, jipp. Hab jipp, jipp. Ne, nur jipp, jipp, nur wenn's eilig ist. Hast du mittlerweile den Flammenwerfer? Oder braucht man da das Öl für? Äh, du brauchst da Öl für den Brennstoff. Ja. Weil wir aber einen Flammenwerfer brauchen. Ja, weil ich hier den Wald abroden muss und das nicht mit Hand machen will. Werf ne Granate. Das, glaub ich, funktioniert nicht. Keine Granate. Hast keine Granate? Außerdem reicht eine Granate nicht. Dann bräuchte ich schon eine ganze Granatenartillerie. Ich brauch halt... Wir haben doch da oben so viel Platz. Ja, warum baust du's nicht hier, äh... Ja, 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 ja. Wo ich steh, halt. Wo ich steh, als ob ich müsste, wo du stehst. Guckst du auf die Karte? Na, da sind zwei Punkte. Ich weiß nicht, wer von... Welcher ist? Ich bin der Obere. Also, ne, ich mach das hier. Bei der alten Produktion, da ist so schön viel Platz hier. Da, ey. Mach dir das einfach hell. Verschämt. Aber die Frage ist doch, wie kann ich das später dann alles verbinden? Die müssen doch... Müssen die auch alle vereinzeln? Ja, die müssen alle. Die müssen alle mit dem Stromnetz verbunden sein, richtig? Ja. Da gibt's doch extra dieses andere Dinge. Das haben wir doch gar nicht erforscht. Ey, bevor jetzt irgendeiner was erforscht. Moment mal kurz. Erstmal, äh, Stromnetz erforschen? Genau, Stromnetz 2 brauchen wir auch. Ja, brauchst du blau, ja. Kannst du vergessen. Was? Echt? Hab ich nicht gesehen. Ach, kack, kack. Ihr macht's mir auch echt nicht leicht, ne? Das wisst ihr. Ich mach jetzt einfach Elektrotechnik 2. Ja, dann kann ich das doch noch gar nicht... Ach, Mensch. Mino, wie sieht's aus mit blau? Ihr seid ein paar Träumer, ja. Ach, wisst ihr, ich mach einfach noch ein paar Dampfmaschinen. Und dann... Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, gut. Gut, dann sehen wir das ja ebenso. Ich brauche mehr Dampfmaschinen auf jeden Fall. Ja, gut, 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 gut. Bin dabei. Ja, komm. Machen wir mehr Dampfmaschinen, so. Äh. Dann brauchen wir noch Ohre. Hm. Ich habe übrigens... Äh, die Idee gehabt... Was brauche ich jetzt nochmal? Heizkessel? Das ist... Achso, einen brauche ich. Äh, ich habe übrigens die Idee gehabt, mich so ein bisschen um die Automatisierung von Bauvorgängen zu kümmern. Das heißt, sobald wir hier mal so ein bisschen weiter in der Technik sind, werde ich mich mal um die Construction Robots zu kümmern. Mhm. Mal gucken. Das, was wird. Mit meinen Fähigkeiten. Ich denke aber nicht. So viel Vertrauen. Ja, ich kenne mich. Was brauche ich jetzt? Ach, Rohre. Rohre brauche ich. Ne, wenn ich über die Kohle baue, dann kriegt Nino wieder zu viel. Ah, wo ist hier? Ich kriege immer zu viel, ich kriege immer zu viel, ist egal. Ah, ja, das kennen wir schon. Ach, mich, jetzt habe ich einmal... Ach, Maulstein. Scheiß, was war ich. Äh, da ist übrigens noch eine Dampfmaschine in der Grabelkiste. Warum auch immer? Ja. Aha. Aha. Ja, ich weiß nicht, warum. Wieso fehlt dem Kackteil hier Strom? Kohle wahrscheinlich. Ja. Warum ist das noch nicht automatisiert, obwohl die Kohle an dem Ding vorbeiläuft? Sag mal. Äh, das ist wie mit der panzerbrechenden Munition, die ist auch noch nicht automatisiert. Ach so. Ich lasse das dann mal so. Ihr kommt da, ja? Nein. Das ist gut, das ist gut. Nein. Warte mal, da muss ich her. Sonst laufe ich mir hier einen Wolf. Wie sieht es eigentlich aus mit Autos, sagt man? Oder ist das dem Öko zu heikel? Wahrscheinlich. Oh, ich den auch. Nino, wie stehst du zu Autos? Dögen wir Autos machen, oder? Ja, nicht so. Manche ist kaputt gegangen. Keine Ahnung. Nein, jetzt ist... Sein Auto ist kaputt. Oh. How unfortunate. Na mal, das passt doch nicht. Ja, doch. Ist das gut oder schlecht, ist das da eine ganze Zeit? Das soll so, Nino. Ah. Das soll so. Ich frage so. Umso länger die knabbern müssen, umso besser. Genau. Gut, gut. Ich frage ja nur. Ich kriege ja hier unten nichts mit. Ich auch nicht. Außerdem ist das ja... Scheiße, so funktioniert das nicht. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, dir Status... Beziehungsweise ist es nicht meine Aufgabe, dir Statusnachrichten zu übermitteln. Das ist ja Aufgabe unserer Expertin. Scheiße, so passt das nicht. Dafür brauche ich Wasser. Wie komme ich denn jetzt mit Wasser? Ah, warte mal. Dann kann ich das hier... Ich... 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 Jetzt wird es schon wieder dunkel. Was soll denn das? Ich... Ich... Gereck ich habe es nicht mehr im Kumpel um um ne irgendwas hab ich und bitte nicht einmal 6 sie haben das gefühl dass die tageszeiten hier wendem ist dort das brauchen wir als nächstes so forschungstechnisch oder ist egal macht macht das was am schönsten klingt kommt nuklear waffen oder so das geht ja noch nicht noch ach hier sind überall lampen deswegen sehe ich was deswegen ich dachte das hätte sich irgendwie drei oder viermal jetzt in den letzten fünf minuten die tageszeit geändert ich wurde einfach nur betrollt sowas du was wasser bauen kann man auch nicht ne also es gibt noch keine brücken oder so richtig keine ahnung das ist doch mal eine kompetente aussage gewesen vielen dank immer gerne immerhin einer so warum funktioniert das jetzt hier nicht von mir kannst du auch nichts erwarten okay warum wirft er jetzt den schwefel da nicht rein was soll denn das hä das klang verdächtig ach quatsch alles gut wieso wirft er keinen schwefel da nicht rein was soll das vielleicht was voll was ist denn das für ein zeichen das was in die luft geflogen ist doch bloß eine mauer kaputt gegangen von einer okay irgendwas nie nur etwas kaputt gemacht das stimmt ja nicht warum packt er alles wieder gut was ist das denn hier für eine dumme sau wie freundlich ja das ist äh gerade curious der packt meine schwefel oh ne ja 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 ist ok gehen wir gerade auf deppert das kennen wir ja schon aha das sieht ja abenteuerlich aus das sieht abenteuerlich aus dein konstrukt ja ich hab doch gesagt das ist äh das wird hier fantastisch mhm fantastisch ach kennt ihr gar nicht nur ludolfs nein 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 schämt euch nein oh du hast ihn klasse hier überall blinkt was dann mach mal deine disco Kugel aus aber die leuchtet so schön ich hätte jetzt gerne einen Kaffee wer ist von euch dafür verantwortlich kannst du einen Flammenwerfer haben ich will einen Kaffee, ich möchte einen Flammenwerfer ist doch ehemalig ich habe fast das gleiche ja, da sehe ich auch so wo war ich jetzt gerade? was musste ich genau? Eisen? du wolltest einen Kaffee ja, den auch aber den besorgt mir ja keiner siehste weil ihr alles tut, als ob ihr was zu tun hättet der einzige, der wirklich arbeitet, bin ich okay, ich habe erstmal genug Laufbänder äh ne, das machen wir anders ja, ich hoffe ja, ich möchte noch einen Kaffee